Huchts zu. Das war ein super ausgeglichenes Match. Wir haben super gekämpft, super verteidigt. Genauso wie wir das haben. Und so wird es auch weitergehen. Die score war 1 zu 1. Sadly, niemand hat gewonnen. Ja, wir haben gut gespielt. Wir haben gut gespielt. Wir hatten viele Chancen. Wir hatten auch viele Chancen. Und beide Teams haben das alles gegeben. Und jetzt bin ich ziemlich glücklich mit dem Score. Right now, ich bin mit einigen Freunden online. Und wir sind jetzt gewinnen. 8 zu 1. Und ja. Don't forget to subscribe and like the channel, so you won't miss any videos. Und follow uns. Und don't forget to follow our Instagram, Facebook, TikTok and YouTube channel. I will follow everyone back, so it will be very nice if you follow us. Follow me. And yeah. Thank you for watching and have fun with the video. Bye! Wir haben einerseits 1. Halbzeit gespielt, paar Fehler. 2. Halbzeit war eindeutig schon besser. Und ja. Interviertesten bin ich auch nochmal mal 13. War nicht sehr gut zu verarbeiten. Sehr ausgeglichen. Ja. Gute Partie. Bis zum Schluss… kämpft. Aber Chancen waren nicht gemacht und man war unnötig verloren. Unentschieden und 밀KA, viel für Heijn und… Ich spiele ja beim VFF. Liste wieder. Und das war eine super Partie. Ich bin erst in der 2. Halbzeit reinkommen. Änd sonst wars super. Gut spielt, gute Bässe und Anne, ich liebe dich. Welche U und wie war? Wir waren 1-0 vorne. Welche U? 16. Und dann haben wir ein blödes Tag kassiert und haben unsere Chancen gemacht. Welche Stadt sind wir? Wie bitte? Wo sind wir? In der Neustadt. Und? Ja, das Match war ausgeglichen. Leider keine Chancen reingemacht. Verdient ist unentschieden. Ja, wir haben zu wenig Chancen gemacht. Ja, mehr Chancen machen. Mehr Tore. Wir sind hier in Wiener Neustadt. Wir haben gerade gegen den SC Wiener Neustadt gespielt. Haben 1-1, das Spiel 1-1 geendet. Und ja, wir haben ganz okay gespielt. Wir waren ein Mann weniger, aber sonst haben wir es stark gemacht. Aber es war eine gute Leistung. Und ja, hier sieht man wie ein Neustadt steht da. Und ja. Und tschüss, wir sehen uns. Ja, dann haben wir es. Dichtungs right. Ja, ist das meine input. Ein Zimmer zu gewinnen eine neue Stadt. Aus! 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 1 zu 1 für Wiener Neustadt und LRC. Die sind Zimmer versorgt, sie machen eine Karczyk. Einer muss in der Runde. 1-2, 1-3, 2-2. 1-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 3-3, 3-3, 3-3. Kannst du dich? Komm, 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 komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! 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 Gute, 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 Gute. Super, Laurent. Ja, das ist ja! Ja, das ist ja! Ja, das ist ja! Ja, das ist ja! Der ist ja nicht so wichtig! Erlander, der wir hier! Ja, ja! 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 Komplett! Ja, ja! Okay! 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 Well, hell! Aha! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020